yo leute und herzlich willkommen zu 107 folge von let's play um sie zweit omnibus simulatur mit mir eurem jürgen rieser ich begrüße euch ganz herzlich aus dem schönen bad nauheim von der linie 1 sie führt uns vom freibad zur albert stein albert stein schule unser fahrzeug ist der mercedes benz o530 g aus aachen mit tagfahrlicht wir fahren im asiak wir planen aus aachen und gasbeter ist stuttgart und fahrzeit dauern 15 bis 20 minuten und ich wünsche euch allen viel spaß bei der fahrt badstraße guten morgen guten morgen ich hoffe euch da draußen geht es allen gut mir geht es auch soweit ganz gut und ja ich möchte mich in der letzten zeit schon vor euren echt krassen support bedanken dank euch habe ich schon 68 abonnenten und fast 7000 aufrufe ihr seid echt echter echter hammer leute ein fettes herz und dankeschön geht raus an euch an jeden von euch der mich hier kostenlos support supportet und wenn ihr mich gerne noch mehr supporten wollt dann schaut auch gerne auf meinen social media plattform vorbei die links findet ihr in der in meiner kanal info oben rechts verlinkt und ja ich freue mich über über jeden der ein like und ein abo hier da lässt auf mein auf meinen videos und live streams und vergesst dabei auch nicht die glocke zu aktivieren um nichts mehr zu verpassen morgen 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 Ich bin schon mal hier auf der Karte Bad Nauheim gefahren und zwar war das auf der Linie 2 und jetzt war ich mit euch hier auf der Linie 1 und es gibt ja noch eine Nachtlinie, die N1. Ich glaube, die kann man auch befahren. Wenn ihr sie gerne sehen möchtet, schreibt sie gerne auch in die Kommentare. Christian Leichtle Straße Servus. Servus. Morgen. Moin. Hallo. Eine Tageskarte bitte. Danke. Bitteschön. Karlsruhe Straße Karlsruhe Straße Karlsruhe Straße Karlsruhe 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 Die Zeit ein bisschen vor. Kommt noch jemand mit? Nein? Dann eben nett. Wer nicht fehlt, der hat schon. Marktübergang zu allen Stadtbuslinien. Und eure Wünsche, was ich als nächstes fahren soll. Schreibt dann gerne Karte, Linie und Buswunsch. Dazu, das ist ein Kollege. Linie 3 ist eine KI-Linie. Die könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann erfülle ich sie euch auch. Und falls ihr private Busse habt, wo ihr privat gemoddet habt und ich sie euch in einem Let's Play zeigen soll. Dann schickt sie mir gerne über Discord. Da ist es so wie hier auf YouTube. Ich verspreche dann auch, dass ich den den Busbord dann an niemanden weiterschicken werde. Hauptbahnhof. Übergang zu allen Stadtbuslinien sowie zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Oh, eine Minute für Frühling. Schau mal, da gibt es ja noch mehr KI-Linien. Die Linie 3, 4 und 5 sind KI-Linien. Also die kann ich hier auf der Karte nicht befahren. Ja. Ja, im Hauptbahnhof liegt sie immer ein bisschen mehr. Und da haben sie dann mehr Ladenbus. Servus. Servus, mein Fried. Bitte die Kotschrecke. Danke. Okay. Bitte. Okay. Sizilienstraße. Jawohl. Heilbronner Straße Ich komme ja aus der Nähe von Heilbronn. Ich wohne 20 Kilometer von Heilbronn entfernt. Einmal Kind bitte. Einmal Kind. Bitteschön, Junge Mann. Fahrt die Linie 2, wo wir bei einer anderen Folge gefahren sind. Im Kreuzgrund. Oh, auch eine Minute. Eine Minute für Frühbronn, das bringen wir gleich jetzt vor. Ach, nur in 1. Hier ist meine Haltestelle. Grüß Gott, Grüß Gott. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Michelsbergstraße 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 Albert Einstein Schule Endhaltestelle Bitte alle aussteigen Terminus Please lift the bus here Also Leute Das war's für heute Ich bedanke mich für das dabei sein Wenn euch diese Folge gefallen hat lasst gerne wie mir ein kostenloses Like und ein Abo da Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren um nichts mehr zu verpassen Und ja Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Schreibt gerne mir eure Wünsche gerne in die Kommentare was ihr als nächstes gerne sehen möchtet Also hier und oben sie auf welcher Karte Linie und Bus ich für euch zeigen soll Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Und das war unser Bus unser Mercedes-Benz O530G mit Tagfahrlicht aus Aachen im Asiak Wir können auch auf der Linie 1 von Freibad hier zum Albert Einstein zur Albert Einstein Schule Also bis zum nächsten Mal Euer Julian Rieser Habe die Ehre Servus und Tschüss auf der Linie auf der Linie